Was für eine Függenäte! Sicher, auf geht's! Halt, nicht schießen! Kontakt, ein Soldat! Auf die Plätze! Bereit! 3, 2, 1, los! Gut, der Kalmschuppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er da? Cole, check das mit der Thermaloptik! Na los! Okay, weiter! Vorsichtig! Für irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Rechte Seite! Sieht aus, als ob die alleine sind. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. Auf die Plätze! 3, 2, Halt! Verdammt, das war genau. Zu viele, wir müssen ausweichen. Bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen! Folge mir! Was? 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 Sie kommen hierher. Stillbleiben. Ich habe ein Nachrichten. Wer hat die Informationen? Die Informationen aus der Runde und Dürfen von Pools. Ich glaube, die Sniper und die Gruppe der Sniper. Ich glaube, sie sind hierher. Das habe ich gesagt. Er weiß etwas, aber es hat uns nicht gesagt. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung. Darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben hier einen dickeren Fisch an der Angel. Okay, weiter! Vorsichtig! Ein Motor! Runter! Lass sie vorbei! Andersen, folge mir! Und dann bleiben. Nimm den nächsten und lass den anderen für mich. Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Geländestreifen. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. In Bereitschaft bleiben. Ich sage an, was läuft. Bereits. Vorsicht! Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch! Boot in unserem Sichtfeld! Nicht schießen! Verdammter Scheiße! Ja, ich weiß. Abwarten und Tee trinken. Was ist das? Drei. 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 Jetzt müssen wir crime. Drei. Drei. Harfei emergency. Willst du das? Nein, verdammt! Gute Arbeit, weiter jetzt! Razer 3-1 gibt mir einen Lagebericht. Hier ist 3-1.